Ah, die hilft ja auch nichts mehr. Wieso kann ich denn hier nicht die ganze Munition davon aufsammeln? Na egal, jetzt haben wir eh wieder volle Munition. Und hier sind keine Gegner mehr in der Nähe. Das heißt, wir gucken uns mal die erste Alien-Shote an. War ja klar. Oh, lass mich raten, die sind auch leer. Oh, und Granaten. Scheiße. Gut, dann fangen wir hier unten noch an. Oh man. Jawohl. Schicker Raketenwerfergut. Ja. Ach was. So, da können wir doch gleich mal den Raketenwerfer optimal nutzen. Und tschüss. Wer hier mich gesichtet. Das hat zwar, gab keinen Sinn. Aber egal. Wer hat mich hier gesichtet. Wollte ich natürlich wissen. Ah. Ja, ich bin im Tarn-Modus. Ne, ich hab ne geile Idee. Achso, das kann ich. Hallo. Benutzen. Jawohl, ja. Bam. So, das nehmen wir doch mal mit hier, das dicke Gewehr. Vielleicht läuft hier ja noch irgendein Spacken rum. Boah, so schnell, Mann. Ne, ich glaub, den meisten haben wir schon den Arsch aufgerissen. Weg damit. So, dann auf damit. Bin sehr elegant. Oh yeah. War doch nicht schlecht. Wow. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, kein Ding. Was haben wir denn da? Unbe... Achso, Zivilist. Wozu? Unnötig. Unnötig. Lecker. Sieht fast gar nicht abartig aus. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Dead Space. Klar, es sind ja beides Aliens. Oh Mann. Alter, das erinnert mich an Mass Effect. Ist ja gut. So, haben wir hier... Ne Abkürzung. Und jetzt kommt ne Zwischensickens. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Uh, Auftritt der Aliens. Sehr geil. Ja, sehr schön. Kommen die Aliens schon mal nicht so an uns ran. Ich schaffe eine Alien-Gewelbe-Probe. Darum haben wir doch schon einen, ne? Na los, komm mal her, Kumpel. Komm mal her. Jojojo, alter. Hyperaktiver Junge. Bleib stehen. Mich sollten natürlich auch treffen. Alter. Kannst du mal endlich... Rausgehen? Pissnäke. Oh, der Anzug springt gerade. Spinnt gerade. Springt. Interface aktiviert. Alien-Gewebe absorbiert. Verarbeite. Sammle Nano-Katalysatoren von toten Alien. Nano-Suit konfiguriert. Oh ja. Du kannst verfügbare Module austauschen, bist aber auf ein aktives Modul pro Slot beschränkt. Du kannst freigeschaltete Module auch aktivieren und deaktivieren. Ja, schon klar. Ähm, ich denke mal, ich werde als ADSS die Panzerverbesserung nehmen, da, naja, ich weit häufig immer vorne bin. Ähm, hier hole ich mir eigentlich immer nur Mobilitätsverbesserer, weil das wende ich einfach zu wenig an. Und, naja, ansonsten, Stealthverbesserung ist richtig geil. Ich weiß nicht, kann man sich noch nicht angucken, ne? Ne. Aber verdeckter Einsatz ist schon mal richtig cool und richtig wichtig, weil da hören dann Gegner keine Schritte mehr und so und dann kann man sich viel besser ranschleichen. Ja, Tarnfeld-Suche, da kann man dann Gegner im Tarnfeld, wie der Name schon sagt, entdecken. Aber erstmal hier, äh, Panzerverbesserung. Reduziert den Energieverbrauch im Panzermodus und das gefällt mir, deswegen wird das hier erstmal genommen. Alter, das sieht geil aus. Okay. Alles hier auf einmal ziemlich, äh, verqualmt, sag ich mal. Was haben wir denn hier? Ach ja, genau. Da war ja was. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Sieht schon geil aus mit den, äh, Partikeleffekten. Strafzettel erhalten, okay, warum das? Achso, war da ein Auto dran oder wurde ich geblitzt? Munition ist voll. Ich bezweifle, dass ich da was Neues für bekommen habe, oder? Ah, einen Schuss habe ich noch für den Raketenwerfer. Der Raketenwerfer an sich ist ganz schön stark, aber, naja. Damit es nicht zu einfach wird, findet man, äh, wird, findet man davon natürlich auch nicht allzu viel. Hier müssen wir runter, fällt mir gerade auf. Ah, habe ich alles voll. Na gut. Und man kann maximal sechs davon, sechs Schuss mit sich tragen. So, und die Schrotflinte tausche ich jetzt mal wieder aus gegen die Filine. Da ich die jetzt besser nutzen kann. Oder wichtiger. Da die jetzt gerade wichtiger ist, ja. Molusken? Zack. Jawoll, auch die Aliens kann man Stealth killen. Oh. Guck mal eben ganz kurz. Reflexvisier, hau ich mal drauf. Ups. Na, Kollege? Bam. Na, so ein paar Kugeln im Kopf. Kann unangenehm werden. Bam. So, was haben wir denn hier noch für eine schicke Waffe? Reflex. Und cool. Zack. Deine Pissdecke, komm her. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Habe ich ihn damit angefickt? Nicht so sehr, wie ich wollte. Oh, das hat ihn umgenietet. Sehr gut. Sehr gut. So, das sind die Nano-Katalysatoren, die ich einsammeln muss. 100 mehr. Hat mir das gebracht. Das sind natürlich hier die Standard-Gegner. Die bringen immer 100, glaube ich. Maximale Panzerung. So, aufs Maul gibt es hier, aber nicht mit einem Raketenwerfer. Ach komm, gib Ruhe, geht doch. So. Sehr viel angenehmer mit, äh, äh, weniger Energie. Ach komm, bleibt er genau dann stehen, wenn ich auf ihn ballern will hier, ne? Maximale Panzerung. Fresse halten. Bam. Naja, schön in die Wand eingearbeitet. Den Kollegen. Oh, kann man auch so, okay. Ich dachte, das schafft man nur mit Rutschen oder so, dass ich jetzt hier was Cooles gerade entdeckt hatte, hab. Komm, dafür können wir die Energie mal verschwinden, ne? So ein Klohäuschen umkippen, umkicken. Das ist es wert. Das ist es wert. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Gerade haben wir schon die 1000. Ne, wir haben 600. Och man, ich immer mit meinem Escape hier, ne? Verarbeite ihr hier im Gewebe. Assimiliere Bio-Code. Ja, hau rein. Assimilation abgeschlossen. Schreibe Tiefschichten-Protokolle neu. Bitte warten. Bitte warten. Und in der Zwischenzeit schließen wir einfach mal das Level ab, den Abschnitt. Und ich bin wieder ruhig. Profit, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber das Anzugssignal dreht völlig durch. Chaotische Werte. Ich habe hier Interface-Protokolle über alle Laborsysteme und einige biotechnische Patentunterlagen. Alle mit Hargreaves Namen. Er hat anscheinend in die tieferen Schichten des Anzugs so eine Art Notfallroutine eingebaut. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Nehmen Sie den FDR und kommen Sie rauf ins Rapport. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bleiben kann. Beeilen Sie sich, Mann. Ja, dann würde ich mal sagen, ab über den Highway. Highway. Und ja, mal wieder das Laden. Ich weiß nicht, warum der bei mir so rumspackt. Eigentlich habe ich genügend Leistung dafür. Ich kann es nicht wissen. Ich würde dann sagen, sehr gut. Laden ist beendet. Naja, was heißt Laden? Der ist eigentlich immer schon fertig mit Laden, wenn ich die Aufnahmen unterbreche. Das Wasser sieht auch geil aus. Hören Sie, Cell hat überall entlang des FDR Freeway Kontrollpunkte eingerichtet. Ich höre Ihren Funk ab und anscheinend leitet Lockhart die Operation da unten persönlich. Er muss in der Nähe sein, Prophet. Halten Sie den Ball flach. Oh ja, das sieht auch richtig schick aus. Bring ich Sego-Gewebe-Probe zu kurz. Rinde einen Weg auf den FDR Freeway. Wie Sie einen nicht ausreden lassen. Frechheit einfach nur. Ne, ähm, das Laden ist quasi immer schon beendet. Aber, naja, ich muss dann erstmal das Ding halt kurz unterbrechen, damit er weiter da was macht. Äh, damit er fortfährt quasi. Ich weiß nicht, wie lange das sonst dauern würde. Und ich hab keinen Bock da irgendwie... Äh, was weiß ich, ne halbe Minute oder so drüber zu labern. Zack. Ist hier irgendwas? Ne, schade. Na, dann würde ich sagen. Wo sind wir jetzt hier angekommen? SB-Polition. Sehr angenehm hier das Gebäude. Wir sollen ihn lebensschnappen. Der Befehl lautet, ihn zu erledigen. Wenn es geschafft ist, könnte über Drückerrechte klauen. Lebens wäre nützlich. Ja, nützlich für wen? Der Kerl hat gerade ein paar Dutzend meiner Männer massakriert, Miss Strickland. Ich gehe hier kein weiteres Risiko ein. Prophet muss sterben. Argrief kann dann mit seiner Leiche spielen. Argrief will... Das wird ihm nicht gefallen. Und soweit ich mich erinnern kann, arbeiten wir beide... Sie ehren sich, Miss Strickland. Sie arbeiten für ihn. Ich unterstehe den Vorstand von Sela und dem Verteidigungsministerium. Mir ist scheißegal, was einem sedilen Aktionär wie Hargrief gefällt oder nicht. Hauptaktionär und ehemaliger Präsident des Direktoriums von Durian. Die Wurzeln, die Zeit gehen, die sich zum Feindmacht locker. Das Gespräch ist beendet. Sympathischer Kollege. Der Lockhart, ne? Taktische Optionen verfügbar. Taktische Optionen verfügbar. Was haben wir denn hier? Beobachten, Kante greifen. So, erstmal wieder Feinde markieren hier. Alles ruhig, Kante greifen. So, ich glaube, jetzt habe ich die meisten. Was haben wir denn hier? Eine Pistole. Hm, klasse. Ah, ich bin getarnt. Okay. Okay. Sehr gut. Der läuft genau richtig. Ach, komm schon. So. Ich bin gespannt. Ohник sesi Jackson. Oho. Oho. Oho.